Willkommen zu einem weiteren meditativen Beitrag aus der Reihe Raumbewusstsein spricht. Diese besondere Auszeit, die du dir hier nun gönnst, ist eine sehr gute Gelegenheit, dich wieder bewusst und auf vollkommen natürliche Art und Weise mit dem zu verbinden, wer du wirklich bist. Mit dem, was du jenseits einer sonst permanent denkenden und sich meist sorgenden Person bist. Dass sich Bewusste verbinden, geht dabei immer mit einem innerlichen Stillwerden einher, wobei jedoch der viel wesentlichere Teil einer jeden Meditation im fühlbaren Realisieren des tieferliegenden, unvergänglichen Selbst besteht, welches wir in Wahrheit sind. Jenes Selbst oder wahres Ich, das in uns allen als ein reiner Wahrnehmungsraum, als ein stilles Bewusstseinsfeld existiert und in jeder unserer Zellen, sowie auch darüber hinaus, als eine sanft vibrierende Lebendigkeit gefüllt werden kann. Dieses tiefe, absolut stille, zeit- und formlose Bewusstsein ist sozusagen unser einzig und allein reales, weil immer gegenwärtiges Ich. Jenes ursprüngliche, essentielle Selbst, bevor er seine Form mit einem Namen und einer Geschichte annimmt. So ist es kristallklar und gänzlich unkonditioniert, ganz im Gegensatz zum künstlichen Ich einer Person, welches wir auch als Oberflächensselbst, als kleines Ich oder eben auch als Ego bezeichnen können. Letzteres ist ein verselbstständigtes Produkt, vererbter, sowie anerzogener Verhaltens-, Reaktions- und Denkmuster und definiert sich via mehr oder minder verzerrter Selbstbilder und den entsprechenden Rollen, die es in der Gesellschaft spielt, vor allem aber auch anhand seiner persönlichen Geschichte. Es ist somit eine vorwiegend körper- und verstandesbasierte und daher auch eine zeitlich begrenzte, psychische, jedoch sehr real wirkende Erscheinung, keine Frage. Dennoch wird das kleine Ich, so wie es auch der Körper irgendwann tun wird, unweigerlich vergehen. Und davor hat es freilich große Angst. Diese Angst, oder genauer Urangst vor dem Tod, die zugleich auch die Mutter aller irrealen Ängste ist, beruht dabei auf einer fundamentalen Wahrnehmungsstörung, die durch die ausschließliche Identifikation des Bewusstseins mit dem Körper verursacht wird. Und wodurch der Verstand schon im frühen Kleinkindalter die Vorstellung der Trennung von der göttlichen Einheit und Ordnung in uns erzeugt. Und diese rein mentale, innere Spaltung ist zugleich die Geburt des Egos. Und beides, die Urangst vor dem Tod, sowie die Vorstellung der Trennung, ist nicht nur Basis sämtlicher von unserer wahren Natur abweichenden Ego-Strukturen und damit auch jene aller psychischen Störungen, sondern sie sorgen auch dafür, dass sich der Mensch permanent als ein loses Fragment in einer grundsätzlich feindseligen Welt wahrnimmt, in der er tagtäglich um seine Vorherrschaft und um sein Überleben kämpfen muss. Das bedeutet folglich chronisch latente Angst, Zweifel und Negativität gegenüber allem und jedem und dies in all seinen farblichen Nuancen und Schattierungen. Und hierin liegt auch die Wurzel allen Leids und Elends in uns begraben, die es nun wie er bewusst herbeigeführte Selbsterkenntnis allmählich und sanft herauszuziehen gilt, wollen wir tatsächlich wahre, göttliche Harmonie in unser Leben bringen. Allerdings sind das tiefe, essentielle Selbst, sowie auch das angstgesteuerte kleine Ich nicht wirklich getrennt voneinander. Letzteres könnte unter dem allem zugrunde liegenden, essentiellen Selbst gar nicht existieren. Es kommt ja aus diesem hervor und wird auch von dessen Energie am Leben erhalten. Und diese Energie lässt sich in uns erfüllen, sobald wir unsere Aufmerksamkeit vom permanenten Denken des kleinen Ichs abziehen und nach innen in den Körper lenken, so dass wir daraufhin unmittelbar still werden, weil dem Verstand dann schlicht die notwendige Energie zur Generierung weiterer Gedanken und Emotionen fehlt. Und exakt auf diese simple Weise fällt schließlich auch der illusorische Schleier der egoistischen Scheinwelt, sowohl im Innen wie auch im Außen. Die kontinuierliche Gedankenhypnose findet so früher oder später ihr Ende und die einfache, friedvolle Realität des Seins kann in den immer länger werdenden Zeiten der Gedankenfreiheit unmittelbar erfahren werden. Wenn ich hier zu dir spreche und kurzweilig immer wieder eine Pause mache, dann kannst du, wenn du wirklich aufmerksam zuhörst, bereits feststellen, dass du in solchen Bausen nicht denkst, sondern einfach nur präsent und innerlich still bist, so wie jetzt. Du kannst dir deines Selbst also nur dann wirklich gewahr werden, wenn das Denken in den Hintergrund rückt, so dass dein absolut stilles, alles wahrnehmende Bewusstseinsfeld in den Fokus deiner Aufmerksamkeit treten kann, was zugleich immer auch mit einer beruhigenden, friedvollen Ruhe einhergeht. Letztere führt jedoch oft auch dazu, dass man schon nach einer kurzen Weile des Meditierens einfach einschläft. Geschieht dies, ist es auch okay. Aber Sinn und Zweck der Übung ist eigentlich, dabei hellwach, also präsent zu bleiben, während alle Gedanken und die damit einhergehenden Emotionen allmählich im Nichts verschwinden. Und was am Schluss übrig bleibt, ist auch eine Art von Nichts. Doch in Wahrheit ist dieses Nichts nur dahingehend, als ein Nichts zu verstehen, als dass es keine Form besitzt und damit für den Verstand nicht wirklich sicht- und greifbar ist. Dennoch ist dieses Nichts randvoll gefüllt mit einer subtilen, lebendigen Energie, die keine Gedanken, keinen Verstand und auch keinen Körper benötigt, um zu sein. Dieses Nichts ist somit nicht Nichts, sondern unser aller ursprünglichste Essenz, die eine göttliche Präsenz, die sich wie gesagt in deinem Körper oder genauer in deinem gesamten inneren Energiefeld deutlich erfüllen lässt, sobald du deine Aufmerksamkeit nach innen richtest. So wirst du dir selbst als eine Art innerer Raum von Bewusstsein gewahr, als eine subtil vibrierende Lebendigkeit in deinem inneren Energiefeld, als ein reines Seinsgefühl, welches nichts mit der Vergangenheit oder Zukunft einer Person zu tun hat und auch nichts mit den meist problembehafteten Rollen, die sie an der Oberfläche des Seins spielt. Und dann wirst du dir vielleicht auch gewahr, dass es da außerhalb deines Körpers ebenso eine lebendig vibrierende, allerdings wesentlich höher schwingende Präsenz im Raum gibt, die im Grunde alles mit dem Gefühl von Sein ausstattet, jenes energetische Seinsgefühl, welches nicht nur dich, sondern zugleich auch das gesamte Universum durchflutet. Die universelle Energie, die dieses Seinsgefühl, das Gefühl von Ich Bin, trägt und ausmacht, wird dabei über die Chakren im inneren Energiefeld deines Körpers permanent fokussiert, die du auch als sogenanntes Qi, als eine subtil vibrierende Lebensenergie in deinen Zellen im Grunde immer fühlen kannst. Und je mehr und länger du in dieses Körperfühlen hineingehst, so wirst du mitunter auch wahrnehmen können, wie sich die innerlich wahrgenommenen Körpergrenzen allmählich auflösen und in ein globales Raumgefühl übergehen, so dass du dich selbst als ein über den Körper hinausreichendes, homogenes, räumliches Energiefeld spüren kannst. Und mit dieser vollkommen natürlichen und friedvollen Erfahrung geht zugleich auch ein tiefes, inneres Wissen einher, dass du weit mehr als nur ein vergänglicher Körper bist. So wirst du dir deiner feinstofflichen Präsenz und damit auch deiner universellen Herkunft bewusst, was zugleich die innere Spaltung heilen wird, die dich glauben macht, dass du ein vom wahren Sein getrenntes und daher bloß ein rein körperliches, sterbliches Wesen seist. Anders ausgedrückt kann man auch sagen, dass du dir so deiner Selbst als das kosmische Bewusstsein, als das eine göttliche Ich Bin, bewusst wirst, welches in allem ist, was wehst. Und wenn auf diese Weise, also fühl und real erfahrbar, der Selbsterkenntnisprozess einmal in dir angestoßen wurde, dann läuft dieser auch weiter, selbst wenn du dich im Alltag immer wieder noch in der Identifikation mit der Person verlieren wirst. Die neu gewonnene innere Gewissheit, dass du in Wahrheit göttlich und unsterblich bist, geht nicht mehr verloren, was für ein mehr oder weniger dauerhaft präsentes Grundgefühl des Friedens und des Vertrauens in dir sorgen wird und auch dafür, dass sich im Alltag nun vermehrt lichte Momente reiner Gegenwärtigkeit ganz von alleine einstellen werden, die du dann sofort als solche erkennst, weil du nun sensibilisiert dafür bist. So kannst du dich dann auch bewusster zu entscheiden, für länger in solch gedankenfreien Momenten der Stille zu verweilen und dies völlig unabhängig davon, wo du dich gerade befinden magst. Das ist es, was dein Leben schließlich von Grund auf verändern, ja, was dich aus der Angst und Trennung heraus in die Seligkeit und Vollkommenheit eines göttlichen Wesens hineinführen wird. Das ist die oft zitierte Bewusstseins-Transformation, die dazu führt, dass du dich nicht mehr laufend mit deinem Verstand, mit seinen mentalen Strukturen, Ansichten, Neigungen und Abneigungen identifizierst, sodass sie allmählich ihre Anziehungskraft auf dein Bewusstsein verlieren. Dann wirst du tiefer und innerlich immer freier. Je mehr dein alltägliches Erleben mit solch präsenten Momenten durchdrungen wird, desto tiefer und freier wirst du. Es ist dabei nicht wirklich deine Person, die da an Tiefe und Freiheit gewinnt. Die Person bleibt grundsätzlich eine Person und daran ist auch nichts auszusetzen, das ist ihre Natur. Aber es eröffnet sich dir eine innere Tiefendimension, ein Portal, durch welches nun vermehrt universelles Bewusstseinslicht eindringen und das im Körper und Verstand verstrickte Bewusstsein aus der totalen Identifikation mit einer Person und damit auch aus der individuellen wie kollektiven Gedankenhypnose befreien kann. So gesehen gibt es keine freie Person mit einer Tiefe, aber du gewinnst an Tiefe, indem sich das Gefühl von dem, wer du bist, sich vom oberflächlichen, angstbesetzten und ständig denkenden Ich in Richtung innere, stille Tiefendimension verschiebt, die absolut frei, unkonditioniert und wie du selbst feststellen kannst und wirst, voller Glückseligkeit ist. Selbstverständlich bleibt dir dabei die Person bis zum letzten Atemzug erhalten und du wirst dich auch weiterhin immer wieder mit ihr identifizieren, nur bei weitem nicht mehr so stark wie bisher, bis hin zu dem Punkt, wo du deine Selbstidentität nur noch aus dem reinen Seinsgefühl von Ich Bin, also aus deinem formlosen Selbst beziehst, welches nie kommt oder geht, sondern als wahrnehmender Urgrund immer ist. Du wirst damit sozusagen zu einem Hybridwesen, welches Zugang zu beiden Ebenen, nämlich zur relativen und vergänglichen Welt der Formen, wie auch zur absoluten, Form und zeitlosen Tiefendimension hat und du bist nun hier den Spagat zwischen diesen beiden Welten, zwischen der physischen und der geistigen Welt zu meistern. In Zeiten, wo Verstand und Person für alltägliche Zwecke benötigt werden, nützt du diese und nimmst kurzweilig auch die Rollen einer Person an, ohne dich vollends darin zu verlieren, so wie auch ein Schauspieler sich dessen bewusst bleibt, dass er nicht wirklich die Rolle ist, die er spielt. Und in Zeiten, wo Verstand und Person nicht benötigt werden, lässt du davon los und bist einfach, nämlich die reine, unpersönliche und absolut friedvolle Präsenz des immer gegenwärtigen, universellen Seins. So wirst du dann allmählich auch positive Veränderungen an deiner Person und in deren Außenwelt wahrnehmen können, weil das einströmende Bewusstseinslicht nun verstärkt in alle Ebenen deines persönlichen Oberflächendaseins hineinzuwirken beginnt. Die göttliche Intelligenz, die du in der Tiefe deines Seins bist, übernimmt dann das Ruder in deinem Leben. So werden Situationen und Beziehungen merklich harmonischer und auch die allgemeine Unbewusstheit dieser Welt berührt dich dann nicht mehr so sehr. Nicht, weil du abstummst und in apathische Gleichgültigkeit verfällst und auch nicht, weil du eine alle Negativität ausblendende Blümchenesoterik zu leben beginnst, sondern weil du erkennen wirst, dass all die Gestörtheit und der Wahnsinn auf Erden bloß ein Ausdruck des evolutionären Bewusstseinsstadiums der Menschheit ist. Das heißt, der kollektive Mensch ist schlicht noch nicht imstande, mehr an Bewusstheit aus sich hervorzubringen, weil er evolutionsbedingt noch keinen Zugang zu sich selbst entwickelt hat und da er auch nicht wissen kann, wer er wirklich ist. Und je eher wir uns mit dieser Tatsache anfreunden, umso mehr Geduld und Verständnis haben wir auch mit unseren Mitmenschen, die in ihrer Unbewusstheit freilich noch viel Leid und Schmerz über sich selbst und die Welt bringen, keine Frage. Doch du vergibst ihnen, anstatt darüber zu urteilen, weil dir zutiefst einleuchten wird, dass sie tatsächlich nicht wissen, was sie tun. Das durch unbewusstes Denken und Handeln unentwegt erzeugte Leid und hierin liegt auch wieder das Gute und die göttliche Gnade verborgen, führt bei entsprechendem Druck zu Rissen in der Egoschale, wodurch vermehrt Bewusstseinslicht hindurchstrahlen und so schließlich den Menschen in den Prozess des geistigen Erwachens hineinführen kann, was sich dann bei vielen auch in einem gesteigerten Drang nach Sinn und Selbstfindung zum Ausdruck bringt. Und ob sie schließlich zu Findenden werden oder nicht, liegt dann unter anderem auch an uns, die bereits gefunden haben, und das, was wir gefunden haben, mit allen anderen teilen, ob nun rein als Vorbild, weil wir nur noch uns selbst und damit den Einzigwahren Sinn direkt und unmittelbar lieben oder auf unzählige andere Arten und Weisen. Daher ist im Grunde alles gut, so wie es ist. Die universelle Intelligenz sorgt schon dafür, dass alle früher oder später spirituell gesehen auch zu Botte kommen. In diesem oder im nächsten Leben, da spielt in der Zeitlosigkeit des Seins keine besondere Rolle. Der Fakt aber, dass du mir hier nun zuhörst und dabei bist, dich selbst als ein formloses Bewusstsein zu fühlen, deutet sehr darauf hin, dass du vermutlich keine weitere Inkarnation mehr benötigst, um schließlich vollkommen eins mit dir selbst werden zu können und damit auch wahrhaftig zu wissen und zu leben, wer du wirklich bist. Wenn wir allerdings nicht wissen, wer wir sind, dann sind wir bloß auf das kleine, beschränkte Ich, auf eine Person reduziert, welche sich aufgrund ihrer generellen Existenzangst und der inneren Spaltung laufend bedroht, unvollkommen und unerfüllt fühlt. Und aus dieser tiefsitzenden, negativen, mentalen Konditionierung heraus erzeugt sie danach laufend Leid und Schmerz für sich selbst und andere. So kann das Leben freilich nur in recht seltenen Momenten als erfüllend und freudvoll erlebt werden, wenn überhaupt. Und meist auch nur dann, wenn mal Wünsche, Sehnsüchte oder die Begürden der Person gestillt werden, wenn auch nur für relativ kurze Zeit. Denn oft kehrt schon recht bald wieder die gewohnte Unzufriedenheit zurück und dies meist aus völlig unersichtlichem Grund, so dass er als unbewusste Erklärung hierfür immer die Außenwelt herhalten muss. So neigt der Mensch auch dazu, ständig andere Personen, Situationen oder Begebenheiten für die eigene innere Unzufriedenheit verantwortlich zu machen, indem er sich laufend darüber beschwert und diese damit verurteilt. Wobei solche Verurteilungen dann nicht selten auch zu gewalttätigen Aktionen und Auseinandersetzungen bis hin zum Krieg führen können. Und solange man sich dieser tiefsitzenden negativen Mechanismen in sich selbst nicht bewusst ist, dann kann man noch so viel über Frieden philosophieren, darüber Bücher schreiben oder feurige Reden auf öffentlichen Plätzen halten, so lange wird sich in uns und in der Außenwelt rein gar nichts verändern. Ein Problem kann niemals auf der Ebene gelöst werden, auf der es entstanden ist, hieß es einst von Albert Einstein. Und wie man sieht, hat er mit seiner Erkenntnis auch bis heute Recht behalten. Denn all die Probleme, mit denen die Menschheit derzeit zu kämpfen hat, seien es nun die eigenen inneren Konflikte oder eben handfeste Probleme im Außen, sind alle rein Verstandes produziert und konnten bis dato auch via logischstem Denken nicht gelöst oder auch nur ansatzweise reduziert werden. Ja, sogar das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen uns folglich auf eine andere Ebene begeben, die über jene des Verstandes liegt, was so viel bedeutet wie, dass wir uns über unseren Verstand hinaus begeben müssen, also genau das, worin wir uns schon seit Beginn dieser Meditation hier üben. Und wenn dies sehr viele tun würden, dann würde sich in unserer Welt auch wirklich was verändern, und zwar in einem nicht zu erahnenden, positiven Ausmaß. Ist somit Meditation die Lösung für alles? Die Antwort wird zwar nicht jeden auf Anhieb überzeugen, aber sie lautet Ja, weil sie uns aus der Identifikation mit dem Verstand befreien und uns so auf jene schöpferische Bewusstseinsebene heben kann, von der ausschließlich auch neue, kreative Impulse in unsere Welt einfließen können, in welcher die meisten unserer gegenwärtigen Zeitgenossen noch dabei sind, das alte Denken und damit die Geschichte der Menschheit bis zum Erbrechen wiederzukäulen. So kann freilich nichts Neues entstehen. Wirklich Sinn macht das Meditieren allerdings nur, wenn man selbst zu einer lebendigen Meditation wird, was somit nichts oder nur kaum etwas mit dem allgemeinen Verständnis von Meditation zu tun hat. Wie das gehen soll? Indem das anfänglich hilfreiche Meditieren im stillen Kämmerlein schon recht bald in Form vieler kleiner Mini-Meditationen auf den gesamten Alltag ausgedehnt wird, so dass die Verbindung zu uns selbst untertags und in allen Lebenslagen immer wieder aufgefrischt und so auch aufrechterhalten werden kann. So wird die Meditation zugleich auch aus dem New Age Kontext heraus geschält, der in vielen Köpfen die künstlich hochstilisierte Vorstellung bewirkt, dass Meditation nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen unter ganz besonderen Umständen zu seinem erwünschten Ziel, nämlich zu einer von einem inneren Lichtfeuerwerk und Engelskörn begleiteten Erleuchtung führen soll. Stattdessen machen wir so wie jetzt eine absolut simple und unspektakuläre Erfahrung daraus und erkennen dabei, dass Meditation nichts anderes als unser gedankenfreier natürlicher Seins Zustand ist. Unser gesamtes wahres Wesen beruht somit auf jenem rein gegenwärtigen Zustand, den man allgemeinhin auch als Meditation bezeichnet. Wenn man jedoch nur unter ganz bestimmten Bedingungen und Vorkehrungen und damit auch nur zu allen heiligen Zeiten mal meditieren kann, dann gleicht man selbst nach jahrelanger Praxis meist bloß einem kleinen zerbrechlichen Gewächshaus Pflänzchen, das beim nächsten Windstoß außerhalb seines geschützten Raumes sofort einknickt, so dass man also wieder Zeit fällt. Das ist freilich so wenig effektiv wie motivierend und daher auch der Grund dafür, dass viele spirituell interessierte Menschen schon ziemlich am Beginn ihrer Suche das scheinbar so mühselige und fruchtlose Meditieren auch bald wieder aufgeben. Meditation beginnt jedoch erst dann so richtig zu fruchten, wenn anhand vieler kleiner Mini-Meditationen die Anzahl der Lücken im Denken untertags immer mehr zunehmen, so dass sie irgendwann zu einer Gesamtmeditation vom Aufstehen bis zum Schlafengehen verschmelzen. So schaffen wir es, ganz ohne Räucherstäbchen, Schneidersitz und Mantren allmählich und in allen Lebenslagen immer präsenter zu werden, egal welche Windverhältnisse im Außen herrschen. Solltest du allerdings auf Mantren gut ansprechen, dann ist es bei deiner alltäglichen Meditationspraxis schon empfehlenswert und auch hilfreich, sich immer wieder mal die Frage zu stellen, ob du dir deiner selbst gerade bewusst bist. Lass dann einfach diese Frage zu deinem Mantra werden. Bewusst von was? Nun, gewöhnlich sind wir uns der Sinneseindrücke, Gedanken und Gefühle gewahr. Aber die Frage, ob ich mir selbstbewusst bin, zählt in Wirklichkeit auf etwas viel Tieferliegendes ab und meint daher eigentlich, ob du dich nun selbst auch als das stille und lebendig vibrierende Wahrnehmungsfeld erfüllen kannst, welches du bist. Darum geht es nämlich, hierin liegt wahre Selbsterkenntnis. So wirst du dir deiner selbst als ein formloses Bewusstsein gewahr, welches in seinem lebendig vibrierenden Feld allen Sinneseindrücken, Gedanken und Emotionen überhaupt erst das Erscheinen ermöglicht. Das heißt, wenn es uns als dieses Bewusstsein nicht gäbe, dann gäbe es im Grunde auch keine Erfahrungswelt, in der wir uns erleben könnten, denn wo kein Beobachter, da auch keine Erfahrung und damit auch keine Welt. Zu dieser Aussage, die praktisch in jedem meiner Beiträge zumindest einmal getätigt wird, würde ich an dieser Stelle gerne mal folgendes Gedankenbeispiel bringen, welches allerdings keinen vollständigen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhebt, sondern hier lediglich für ein tieferes Verständnis sorgen will. So stelle dir nun einen Raum vor, in welchem nur ein Gegenstand drinsteht, zum Beispiel ein Tisch. Du stehst direkt davor, schaust ihn dir genau an und schließt nun fest deine Augen, so dass alles um dich herum, also auch der Tisch, aus deinem Sichtfeld verschwindet. Und nun kommt die Preisfrage, ist der Tisch noch da? Die Antwort lautet ja, keine Sorge, aber nicht in der Form, wie du ihn zuvor noch gesehen hast. Du magst ihn zwar noch angreifen und damit als einen festen Gegenstand erfüllen können, aber von ihm ist praktisch nichts als bloß eine strukturierte, temporäre Ansammlung von Atomen, Elektronen und Molekülen übrig geblieben, deren energetische Gesamtausstrahlung allerdings, sobald wir wieder hinschauen, uns auch wieder als ein solider Tisch mit all seinen typischen, spezifischen Eigenschaften erscheint. Nun befindet sich zur selben Zeit auch noch eine kleine Stubenfliege im Raum, die genau auf diesen Tisch zufliegt. Glaubst du, dass sie denselben Tisch sieht wie du? Ich behaupte, dass sie das nicht tut, mit der Begründung, dass die emittierte Energie der Atome und Moleküle des Tisches auf gänzlich andere neuronale Sensoren trifft und so auch entsprechend anders im Minihirn der Fliege verarbeitet wird, als es bei uns Menschen der Fall ist. Das heißt, wenn wir als Beobachter in welcher Form auch immer nicht da wären, dann befände sich im Scheinbahn außen auch nichts anderes als ein mehr oder weniger strukturiertes Gewusel von unzähligen Atomen und Molekülen, die, ganz nebenbei bemerkt, nach wie vor im reinen Seinsgefühl des göttlichen Ich Bin eingebettet werden, denn wie wir bereits wissen, geht dieses niemals verloren. Aber auf was ich mit diesem zugegeben recht herausfordernden Beispiel eigentlich wirklich hinaus wollte, ist folgendes. Die Art und Weise, wie uns die Welt da draußen erscheint, ist nicht nur abhängig davon, in welcher Form wir als Bewusstsein gerade inkarniert sind, sondern für uns als Mensch und somit auch als ein schöpferisches Wesen, ist es noch viel wichtiger und bedeutender zu wissen, dass es vor allem von unserem gegenwärtigen Bewusstseinszustand, von unserer aktuellen Eigenschwingungsfrequenz abhängt, was uns die Welt da draußen wie reflektiert. Somit gibt es praktisch ein unermessliches Potential an Möglichkeiten, wie uns die äußere Welt erscheinen könnte. Und mit sieben Milliarden menschlicher Erfahrungswelten auf Erden, die alle einen individuellen Bewusstseinslevel in den unterschiedlichsten Entwicklungsstadien zum Ausdruck bringen, ist dieses Potential noch bei weitem nicht ausgeschöpft, wenn wir da auch noch jene Welten aller anderen Lebewesen auf Erden sowie die im gesamten belebten Kosmos mit in Betracht ziehen würden, was wir an dieser Stelle lieber mal sein lassen, um unseren Verstand nicht gänzlich zu überfordern. In diesem Sinne stimmt auch die Aussage, dass sowohl Himmel als auch Hölle parallel auf Erden existieren. Und ob du nun den einen oder die andere erlebst, hängt ganz von deinem gegenwärtigen Bewusstseinszustand ab, der seinerseits wiederum sehr davon abhängig ist, inwieweit du noch mit dem Verstand bzw. mit der Person identifiziert bist. Ist diese Identifikation noch recht stark ausgeprägt, dann ist es auch umso wahrscheinlicher, dass man die Welt eher als einen unangenehmen, unfreundlichen, ja feindlichen Ort wahrnimmt, wie wir eingangs bereits ausführlichst erörtert haben. Je mehr sich jedoch durch bewusste Zuwendung nach innen die geistige Tiefendimension in uns eröffnet, desto mehr empfindet man auch die Verbundenheit mit allem, was ist, und die Welt erscheint einem vertrauter und wesentlich freundlicher. Und dies nicht zuletzt auch deshalb, weil durch das so verstärkt eindringende Bewusstseinslicht sowohl in unsere feinstofflichen wie auch in den physischen Körper unsere Eigenschwingungsfrequenz mehr und mehr angehoben wird, so dass wir allmählich auch ein höher schwingendes, harmonischeres Programm auf allen Ebenen empfangen können. Auf diese Weise wird unser gesamter Erfahrungskosmos immer mehr zu einem Ort der Glückseligkeit und inneren Erfülltheit und jede Angst und Trennung verschwindet. Parallel wird es jedoch auch immer noch genug Leute geben, die durch ihr Denken und Handeln für Leid und Schmerz in unvorstellbarem Ausmaß auf diesem Planeten sorgen, so dass auch unser eins, deren manifestierte Wahnsinn regelrecht ins Gesicht schreit, wenn wir zwischendurch mal wieder die Nachrichten schauen und damit konfrontiert werden. Doch wir müssen uns nicht Nachrichten anschauen, um den Wahnsinn dieser Welt erleben zu können. Oft reicht schon eine kurze Autofahrt in der Stadt, um daran erinnert zu werden, dass sich die meisten Menschen untereinander noch völlig getrennt wahrnehmen und sich für ein paar Meter und Minuten schon regelrecht bekriegen. Und hinter all dem Ego-Gezauder steht wie gesagt Angst und Trennung, welche dazu führen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, uns selbst im Anderen zu erkennen. Dies geht oft sogar so weit, dass wir die Anderen im Rahmen einer Verurteilung als völlig enthumanisiert wahrnehmen, was auf gedanklicher Ebene praktisch schon einer Tötung gleichkommt. Darum sei vorsichtig und werde hellwach, wenn du dich wieder mal in der Identifikation mit dem Verstand erwischst, wo er gerade über andere schimpft und urteilt, auch wenn deren gelebter Wahnsinn dir mehr als nur ins Auge stechen mag und du dich somit im Recht fühlst, dies zu tun. Denn dabei vergisst man nur allzu leicht, dass das Urteilen über andere wesentlich zur Wahrnehmung der Trennung beiträgt, ja diese bis ins Unermessliche steigern kann und hiermit auch ein zentrales Basismuster der allgemeinen Unbewusstheit, Negativität und Gewalt darstellt. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass das Thema des Nicht-Urteils ein sehr essentielles ist, welches in nahezu allen echten religiös-spirituellen Lehren eine besondere Beachtung findet. So gibt es hierzu auch einen sehr treffenden Spruch von Jesus im Matthäus-Evangelium, wo er meint, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit welchem Gericht ihr richtet, mit dem werdet auch ihr gerichtet werden. Wobei der letzte Satz so viel bedeutet wie, dass das, was uns am anderen stört und wofür wir ihn oder sie verurteilen, gleichzeitig auch in uns für Negativität sorgt und worunter wir dann freilich auch leiden müssen, selbst wenn sich unser Ego dabei anfangs gut fühlen mag, weil es glaubt im Recht und damit als ein besserer Mensch dem anderen überlegen zu sein. Aber im Hintergrund des sich gut und überlegen fühlens, labt sich das Ego bloß an der freigesetzten Negativität, um dessen auf Trennung und angstberuhendes Scheindasein aufrechterhalten bzw. erneuern zu können. Und selbstverständlich bleiben wir so auch auf der niederfrequenten Ebene des Ego-dominierten Verstandes hängen und erzeugen damit unseren eigenen leidvollen Wahnsinn, welchen wir dann zum Selbstschutz des Egos laufend nach außen projizieren, sodass immer alle anderen böse und schuld sind, nur nicht wir selbst. Deshalb fährt Jesus auch vor zu sagen, was kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders? Siehst du denn nicht den Balken in deinem eigenen? Wenn wir uns also wieder mal über jemanden aufregen und ihn oder sie verurteilen, dann können wir vielleicht schon zwischendrin oder zumindest kurz danach in einem Lichtmoment mal innehalten und uns so der Tatsache bewusst werden, dass in uns gerade trennende Egomuster aktiv sind, die zum einen dazu führen, dass wir uns eben völlig getrennt vom anderen wahrnehmen und ohne jede Scheu gegen diesen bereits gedanklich Gewalt anwenden und zum anderen aber auch dazu, dass wir ohne es großartig zu bemerken uns selbst damit das heiligste nehmen, was wir besitzen, nämlich unsere innere Seligkeit, die direkte Verbindung zu unserem göttlichen Weise selbst bestrafen. Das Gericht, von dem Jesus spricht, ist also nicht eines, wovon viele Gläubige meinen, dass dieses uns erst nach unserem Tode erwarten würde, sondern eines, das sofort über uns richtet. Und der Richter ist nicht Gott mit weißem Bart und Petrus als Zeuge an seiner Seite, sondern es sind wir selbst. Doch wie erkennt man nun den Balken im eigenen Auge, bzw. wie werde ich mir solche Egomuster gewahr? Im Grunde erst dann, wenn sie bereits aktiv sind. Allerdings muss dafür nicht gleich Siegmunds verstaubte Ledercouch hervorgegramt und eine umfassende tiefenpsychologische Analyse gestartet werden, die im Grunde bloß den Verstand in aufgewärmte Geschichten verwickelt und damit auch weiterhin fröhlich am Laufen hält, sondern es reicht vollkommen aus, die innere Negativität, die normalerweise immer mit solchen aktiven Mustern einhergeht, bereitwillig zu fühlen, bis sie sich wieder in reiner, friedvoller Seligkeit auflöst. Das reicht vollkommen aus, um solche Muster in Aktion vollständig auszubremsen und ihnen durch das bewusste Fühlen zugleich auch deren Kraft so weit zu entziehen, so dass sie, sollten sie künftig wieder mal auftreten, in ihrer Anziehungskraft auch jedes Mal schwächer werden, bis sie schließlich überhaupt keinen großartigen Einfluss mehr auf uns haben. Sie mögen dann ab und an zwar noch aktiv sein, aber sie besitzen nicht mehr die Kraft, uns vollkommen hineinzuziehen. Das bewusste Fühlen aller negativen Gefühle ist daher ein wichtiger Schlüssel zur spirituellen Ganzwerdung, denn durch das Fühlen holen wir einfach formuliert das in den Mustern einst gefangene und damit niederfrequent gewordene Bewusstsein zurück und heben es gleichzeitig auch wieder in seiner Frequenz an, so dass aus einem unangenehmen Gefühl schließlich wieder ein seliges werden kann. Das ist im Übrigen das Geheimnis spiritueller Alchemie. Dabei ist es vollkommen belanglos, wie oder wann diese Muster in unserer Psyche entstanden sind. Es reicht aus zu wissen, dass sie Resultat eines verselbstständigten und angsterfüllten Verstandes sind, der aufgrund einer fundamentalen Wahrnehmungsstörung schon seit Jahrtausenden an der unseligen Vorstellung der Trennung leidet. Zur Prävention solltest du allerdings künftig immer auch einen Teil deiner Aufmerksamkeit im Körper behalten, so dass es dir mitunter sofort auffallen kann und wird, wenn deine innere Stimmungslage gerade im Begriff ist, sich zu verdunkeln. Und immer wenn dies der Fall ist, dann gilt es, alles an Aufmerksamkeit unmittelbar in den Körper zu transferieren, um so noch gegenwärtiger und damit weniger anfällig für alle möglichen Egomuster zu werden. Halte diesbezüglich und im wahrsten Sinne des Wortes immer eine Art innere Friedensmahnwache. Dann kannst du, unabhängig vom vermeintlichen Auslöser und den entsprechenden Gedanken hierüber, die im Prinzip immer nur den Zweck verfolgen, ein aktiv gewordenes Egomuster zusätzlich anzufeuern, einfach das innere Energieschauspiel fühlen, ohne diesem dabei irgendwelche besondere Bedeutung beizumessen. Da tut sich was energetisch in dir, ja, und es mag sich gelegentlich auch recht unangenehm anfühlen, ja, aber du weißt auch, dass es sich durch deine Stille und nicht wertende Beobachtung wieder vollkommen beruhigen wird. Und bis dorthin hältst du deine Aufmerksamkeit konsequent darauf gerichtet. Das ist auch schon alles. Es ist wirklich so simpel. Und genau so, wie du über deine negativen Gefühle nicht mehr urteilst, um sie voll und ganz fühlen und damit transformieren zu können, genauso verurteilst du künftig auch deine soziale Umwelt nicht mehr, sodass auch dort allmählich Frieden einkehren kann. Jedes Urteil über eine Person ist bloß eine Ansammlung von Gedanken, von denen wir überzeugt sind, dass sie die gesamte Realität der Person abbilden. Die Enthumanisierung, ohne die die Gewalt gegen andere gar nicht möglich wäre, beginnt bereits hier. Deshalb beschwere dich nicht über den fehlenden Frieden in dieser Welt, wofür du wen auch immer verantwortlich machen willst. Ansonsten bewegst du dich genau auf derselben gedanklichen Schiene, die gerade eben zu dieser Gewalt in deinem Kopf führt und es auch noch tut, solange du Groll und Ärger gegenüber andere hegst, nur weil du unbewusst noch glaubst, dass diese für deine generelle innere Unzufriedenheit verantwortlich sind. Die Gewalt in deinem Kopf ist dabei sicher nicht so extrem und auch nicht vergleichbar mit jener, die wir zum Beispiel im Nahen Osten oder an anderen Kriegsschauplätzen unter Menschen beobachten können, das mag schon sein, aber sie entspringt derselben Quelle, nämlich aus der inneren Urangst und Spaltung und den daraus entstehenden negativen mentalen und emotionalen Bewegungen und nur du kannst diese für dich stoppen, sie sind der wahre Grund deiner chronischen Unzufriedenheit und du weißt nun auch, wie diese Wurzel allen Übels ganz ohne große Schmerzen gezogen werden kann. Wenn dir das ein für allemal klar wird und du das konsequent umsetzt, was dir hier empfohlen wird, dann machst du dich und andere nicht mehr unglücklich. Und wenn sehr viele Menschen dies dienten, wo würde das wohl hinführen? Richtig, hing zum globalen Frieden. Und das hier ist der einzige Weg dorthin, es gibt keinen anderen. D D D D D Untertitelung des ZDF, 2020